... ausgebildet und alle, die jetzt fragen kann, was am Ende wird, zu brauchen. Ja, das ist auch. Danke. Erst an wirtschaften und dann vertreiben. Dieser Koalitionsvertrag jetzt zuvorderst. Aber auch da müssen noch Kompromisse geschlossen werden. Und das Finanzministerium ist da auch präzis genauso lieb, dass wir das Wirtschaftsministerium jetzt nach 19...